Die Frage aller Fragen ist, wie kann unser Leben tatsächlich gelingen? Und damit herzlich willkommen zur Atempause, heute am Montag, den 22. Januar 2018. Wir schauen uns gemäß der ökumenischen Bibellese 5. Mose 5, 23 bis 33 an, unter dieser Fragestellung, wie unser Leben gelingt. Wir befinden uns ja immer noch im Deuteronomium, also im 5. Buch Mose. Wir haben am Samstag gelesen, wie Mose die 10 Gebote von Gott bekam. Und was wir heute lesen, ist im Nachklang dazu ganz entscheidend wichtig. 5. Mose 5, Abvers 23. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, tratet ihr zu mir, alle eure Stammeshäupter und eure Ältesten, und spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben. Aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Kann denn Sterbliches die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören, wie wir und doch am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt, und sage es uns. Alles, was der Herr, unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir, Ich habe gehört, die Worte dieses Volkes, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf das es ihnen und ihren Kindern wohl ginge, ewiglich. Geh hin und sage ihnen, geht heim in eure Zelte. Du aber sollst hier vor mir stehen bleiben, damit ich dir verkündige das ganze Gesetz, die Gebote und Rechte, die du sie lehren sollst, dass sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen geben werde, um es einzunehmen. So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr euer Gott geboten hat und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt auf dem Weg, den euch der Herr euer Gott geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl geht und ihr lange lebt in dem Lande, das ihr einnehmen werdet. Die Israeliten sind völlig überrascht, dass sie tatsächlich in dem Feuer am Berg Horeb Gott selbst begegnen, seine Stimme hören. Gott macht sich hörbar aus der Unsichtbarkeit des Himmels mitten am Berg Horeb, sodass sie ihn wahrnehmen können. Und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Warum? Weil sie wissen, dass Gott heilig ist. Dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Dass Gott in einem Licht wohnt, zu dem niemand Zutritt hat. So wie es zum Beispiel auch bei Paulus heißt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16. Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand hinzutreten kann. Die Israeliten hatten noch ein klares Verständnis davon, dass Gott heilig ist und wir Menschen Sünder sind. Und so kommt es dazu, dass nicht Gott sagt, ihr sollt hier aus meiner Nähe verschwinden und auch nicht Mose sagt, hey, geht mal besser in eure Zelte, sondern die Israeliten selber sagen, wir wollen das nicht weiter wagen, den heiligen und allmächtigen Gott so in der Nähe zu erleben. Und sie bitten darum, dass sie entlassen werden. Und Gott hält das dann für gut und lässt sie gehen und macht so Mose zum Mittler. Zum Mittler der Gebote Gottes, des Gesetzes Gottes, dass Mose von Gott dann an das Volk weitergeben soll, damit das Volk sicher ist, damit das Volk nicht sich gefährdet. Und sie hatten Angst davor, dass sie im Licht Gottes, im Feuer Gottes Schaden nehmen könnten, weil sie sich dessen bewusst waren, dass sie ein sündiges Volk sind. Menschen, die immer wieder die Gebote Gottes übertreten, die immer wieder gegen Gott rebellieren, die immer wieder auch auf dem Weg aus Ägypten hin zum Sinai gemurrt haben, wie es heißt, das Murren des Volkes. Das ist schon in dem Begriff, spürt man schon, in dem Murren, was da für eine Rebellion, für ein Rumgemaule, für eine Respektlosigkeit Gott gegenüber sich ausdrückt. So kommt es, dass Mose hier zum Mittler wird zwischen Gott und dem Volk, wie dann in neutestamentlicher Zeit Jesus, das in einem ganz anderen Maße weit übertreffend auch wird, der einzige Mittler zwischen Gott, dem heiligen Gott, und den sündigen Menschen ist der Sohn Gottes Jesus Christus. Er vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Sein Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha, seine Auferstehung am dritten Tag von den Toten schafft die Vermittlung zwischen sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Mose erklärt im Vers 29, was Gott auf dem Herzen hatte, als er die Gebote seinem Volk gab. Gottes Stimme sagt hier, Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf das es ihnen und ihren Kindern wohl ginge, ewiglich. Wie kann unser Leben gelingen? Wir spüren hier im letzten Absatz, auf das es ihnen und ihren Kindern wohl ginge, ewiglich, dass Gott sehr wohl das Ziel hat, dass es seinem Volk wohl geht, dass Leben gelingt, dass auch unter den Rahmenbedingungen der gefallenen Schöpfung möglichst viel gelingt, möglichst viel zum Ziel kommt, möglichst viel Leben im Miteinander gelingt. Und das ist ja die Frage, wie geschieht das, wie geht das? Und da gibt es hier zwei ganz klare Antworten. Das erste ist, wenn die Menschen doch Gott nur fürchten würden. Nicht im Sinne von Angst haben vor Gott, sondern im Sinne von Ehrfurcht haben vor Gott. Wenn die Menschen doch nur begreifen würden, dass Gott der heilige Gott ist, der allmächtige Gott und dass die einzig angemessene Haltung eines Geschöpfes gegenüber seinem Schöpfer Respekt ist und Ehrfurcht, Gott zu fürchten. Nach meinem Eindruck ist in der Verkündigung der letzten 30, 40 Jahre die Ehrfurcht vor dem Heiligen, vor dem allmächtigen Gott sehr zu kurz gekommen. Wer hat schon mal eine Predigt gehört über die Ehrfurcht vor Gott oder dass Gott zu fürchten wichtig ist? Wir haben uns angewöhnt, mit einem sehr harmlosen Gottesbild zu leben, das unsere ganze Nachfolge, unseren ganzen christlichen Glauben lasch und lau macht. Wer begreift, wer der Gott ist, der uns gemacht hat und dass dieser heilige und allmächtige Gott in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels um uns herum gegenwärtig ist in unserem Leben und dass er ernst zu nehmen ist als der, der uns zur Verantwortung ziehen wird für unser Leben, der uns ins Gericht stellen wird und dass nicht alles egal ist, ob ich es so rum tue oder andersrum. Wer das begriffen hat, der lässt sich von Gott Gebote zum Leben geben. Die Gebote Gottes sind ja nichts anderes als die Gebrauchsanleitung des Schöpfers für die Geschöpfe, damit ihr Leben, was er ihnen geschenkt hat, gelingt. Wie kommen wir Menschen nur auf die Idee, dass wir es selber besser wissen als unser Schöpfer und deshalb Lügen und Betrügen, Ehebrechen und Stehlen, nicht ausruhen, Gott lächerlich machen, von Gier besessen sind. Wie kommt das eigentlich, dass wir glauben, dass wir das Leben besser in den Griff kriegen, als auf die Gebote Gottes zu achten. Wir leben in einer Gesellschaft, die in weiten Teilen die Gebote Gottes nicht mehr für relevant hält. Und wir Christen stehen in der Gefahr, genau dasselbe zu tun, als ob es nicht mehr drauf ankäme, wie wir konkret leben. Was für ein Irrglaube! Wenn wir eine Bedienungsanleitung nicht beachten, für eine komplizierte Maschine, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Maschine schädigen oder sogar ruinieren. Und so banal ist das, so einfach ist es auch für das ganze Leben betrachtet. Wer nach den Geboten Gottes fragt, dessen Leben wird gelingen, dann werden wir die Ehe nicht brechen, dann werden wir nicht Beziehungen zerstören durch Lug und Betrug. Dann werden wir uns nicht zugrunde richten, weil wir pausenlos nur Anspannung und Arbeit erleben. Dann werden wir nicht in der Versklavung an uns selbst so selbstsüchtig leben, dass unsere eigene Gier alles bestimmt. Die zehn Gebote, wenn wir sie eins nach dem anderen durchgehen, sind Wegweisung zur Freiheit, wie wir am Samstag gesagt haben, und sind Wegweisung zu einem gelingenden Leben. Es ist also nicht von vorgestern oder aus dem Mittelalter, wenn man sich bemüht, die Gebote Gottes zu erkennen und einzuhalten, sondern es ist schlicht und ergreifend der klügste Weg, wie wir unser Leben führen, damit es so wenig wie möglich Schaden anrichtet, so wenig wie möglich kaputt geht, so wenig wie möglich einfach zerstört wird. Das Leben, das Gott uns gegeben hat, will bewahrt sein, will gelenkt sein, will geführt werden durch Gottes Gebote. Wohl dem, der das kapiert und deshalb lernt von Herzen mit ganzem Verstand, mit ganzem Willen Gottes Geboten gehorsam zu sein, weil das unser Leben bewahrt. So war der Wunsch Gottes für das Volk Israel. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang auf, dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Willst du, dass dein Leben gelingt und das Leben deiner Kinder und Kindeskinder? Dann fürchte Gott und halte seine Gebote. Herr Jesus Christus, wir staunen über die Einfachheit und Klarheit deines Wortes, auch heute wieder. Und wir bitten dich, hilf uns zu erkennen, dass dein Wort wahr ist, dass dich zu fürchten und deinen Geboten gehorsam zu sein unser Leben bewahrt und gelingen lässt und nicht nur unser eigenes, sondern auch das der nächsten Generation und der übernächsten Generation, weil sie davon geprägt werden. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns in unserem Gewissen ganz sensibel machst, dass wir deinen Geboten folgen, die wir aus deinem Wort kennen und dass wir uns zurückrufen lassen von falschen Wegen, die wir erkennen, werden, wenn wir deine Gebote lesen. Und so bitte ich dich, Herr, für jeden, der diese Atempause hört und sieht, dass du uns rote Wahnleuchten in unserem Gewissen schenkst, wo wir dabei sind, den Weg des Lebens zu verlassen und uns in Selbstherrlichkeit und Selbstsucht auf den Weg machen, unser Leben zu schädigen und das Leben anderer. Ich bitte dich, Hilfe uns umzukehren, ganz konkret umzukehren, neue Wege zu gehen, bevor es zu spät ist, deine Gnade und Vergebung zu suchen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit großer Überzeugung, mit innerer großer Klarheit und Sinnhaftigkeit gehorsame Menschen zu werden, deinen Geboten Gehorsam, weil wir das erkannt haben, dass das dazu beiträgt, dass unser Leben gelingt. So hilf uns, Herr, dass wir Menschen werden, die dich fürchten und deine Gebote halten. Auch heute. Amen. Ja, vielleicht kannst du in einer persönlichen Gebetszeit, die sich jetzt anschließen kann, reflektieren, wo du wo du das Neue bedenken musst. Hast du Respekt und Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen allmächtigen Gott? Und hältst du seine Gebote? Und wenn nein, willst du umkehren, damit dein Leben gelingt. Das wäre ein gutes Thema für die Gebetszeit, die sich jetzt anschließen darf. In diesem Sinne haben wir die Atempause vom 22. Januar, wie unser Leben gelingt, nach 5. Mose 5 gemeinsam auf uns wirken lassen und in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen Gott segne dich und Gott behüte dich auch in dieser neuen Woche. Wenn du die Atempause teilen willst, auf elektronischen Wege, wie auch immer, dann bist du herzlich dazu eingeladen und gebeten, damit noch viele andere jeden Tag lernen, auf Gottes Wort zu hören, auch auf diesem Weg. Bis morgen.